Liebe Freundinnen und Freunde, wir alle haben einen gemeinsamen Wunsch. Wir wollen das Land zum Leckeren verändern. Wir wollen weiße Ferrero-Küßchen für immer. Und weil Freundschaft für uns kein kurzer Trend ist, fordern wir Weißnussbleiben. Und jetzt alle Weißnussbleiben. Deutschland wählt weiß. Weiße Ferrero-Küßchen für immer. Ab September im Handel.